Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Ja Leute, ähm, es ist bald soweit. Bald fängt Season 7 an, ja maaannn. The Bitter Ice Spreads. Ich habe es so oft gesagt, oh, ich muss mit meinem Kopf runter. Ich habe es so oft gesagt, wir haben diese Skins, die extra dafür ausgelegt sind, für eine Eislandschaft. Wo bleibt die Eislandschaft? Und in Season 7 ist es dann soweit, die Eislandschaft kommt. Ich bin gespannt. Dazu soll es ja ein Special Event geben. Na, also jetzt Leute, wirklich am Donnerstag, ähm, ich werde nochmal noch genauere Infos dazu rausgeben. Am Donnerstag, während eines Awards, wird es einen Livestream geben. Und da solltet ihr wahrscheinlich am besten wirklich in-game sein. Und dann werden wir wahrscheinlich erleben, wie die ganze Welt im Eis versinkt. Oh, da bin ich mal gespannt. Also, das letzte Mal, ähm, war ich nicht mit dabei, aber die Szenen alleine, wie, ähm, Ninja da, äh, tatsächlich den Butterfly plötzlich auf den Finger hatte. Das war schon cool. Das hätte ich gerne selbst live erlebt. Aber na gut. Also, insofern, wir gucken jetzt einfach mal in den Item-Shop rein, was da so heute am Start ist. Und da haben wir zuallererst den Dark Vanguard. Ja, was soll ich zu dem Ding, was soll ich zu dem Ding sagen? Der Dark Vanguard, ähm, tja, was kann man dazu sagen? Ich mag ihn nicht. Ich mag diese Astronautenskins nicht. Und, ähm, nee. Von mir kriegt er 5 von 10. Ja, 5 von 10. Dann schauen wir doch mal ganz kurz da rein. Wir haben ja wieder mal unsere Benotungen aus dem Netz. So, 3,84 von 5 bei 56 Boots. Na, ist schon ein halbes Jahr da. Seit dem 8. April 2018. Also, in dem Sessmarin released worden. Und 85 für meine ich das. So, dann gehen wir mal weiter zum Orbital Shuttle. Das Ding finde ich richtig nice. In Silber finde ich persönlich das Ding, ja gut, wenn er... Nein, in Silber finde ich persönlich das Shuttle besser. Und das bekommt von mir 9 von 10, das Orbital Shuttle. Und gucken wir mal ganz kurz, wie schaut es da aus. Seid ihr nicht so ganz begeistert. 3,67 von 5 bei nur 6 Boots. Okay. Gibt es da eigentlich unterschiedliche Deep Space Lander? Haben wir da auch? Ja. Oh, 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 oh. Beim Type der Dunkle gefällt euch besser. Aber deutlich viel besser. 4,3 von 5 bei 18 Boots. 9 für 3 Miners. Okay. So, dann haben wir hier den Plug. Und den finde ich halt richtig, richtig nice. So ein bisschen venezianischer Stil. The Doctor is in Part of the Grim Medicine Set. Also schauen wir jetzt mal ganz kurz da rein beim Black. Ich finde den Black echt ganz cool, muss ich sagen. Mir gefällt der nach wie vor. Hat ja schon am Anfang gefallen. Und der Black kriegt von mir 8 von 10. Und hier haben wir die Benotung. 4,14 von 5 bei 1 von Schwartz. 117 Reminders. So, dann haben wir hier den Scourge. Sieht aus wie ein Rabe. Seeking the Cure. Ich muss sagen, ich finde den Black ein bisschen schöner als den Scourge. Und der Scourge ist jetzt nicht ganz so mein Ding, ja. Dahinten das Backpack ist schon cool irgendwo, definitiv, ja. Der Scourge kriegt von mir allerdings trotzdem nur 7 von 10. Gucken wir mal. 4,54 von 5 bei 13 Votes. So, was haben wir jetzt hier? Die Haralds want. It's Vito. Reactive. Wäre auch mal ganz interessant. Was da passiert bei Reactive. So, die Haralds want. Ich finde die eigentlich ganz nice. Und die kriegt von mir 7 von 10. 3 von 5 bei 4 Votes. Elfrey mal. Und dann haben wir den Lamplight. Ja, sorry. Ist halt für mich ein normaler Standardgleiter. Auch wenn die Laternen da unten dran sind. Der sieht schon ein bisschen besser aus, als der normale Standardgleiter. Aber... Ich kann nämlich tatsächlich... Also, er sieht schon cool. Ich muss sagen, er sieht schon cool aus. Aber ich gebe dem 5 von 10. Also, das ist 6 von 10. Gebe ich dem Lamplight. Dafür, dass es nur ein normaler Standardgleiter ist. So, und dann haben wir 5 von 5 bei 2 Votes. 9 Reminders. Damit werden wir hier auch durch dieses Set durch. Jetzt kommen wir zum Electro Shuffle. Electro Shuffle ist schon echt cool, ne? Das ist echt mega cool. Daher sofort hatten sie sich ja auch geholt. Und ich gebe dem Electro Shuffle tatsächlich 10 von 10. Gucken wir mal hier rein. Wie sieht es da aus? 4,42 von 5 bei 19 Votes. 14. Dezember 2017. So ist es fast ein Jahr, ist der jetzt schon drin. Wahnsinn. 3 nach Dreaminders. Unglaublich. Fast ein Jahr schon. Dann haben wir hier den Googly und sorry Leute. Aber das Ding kriegt von mir 0 von 10. Ich finde den Googly so schrecklich. 3,36 von 5 bei 11 Votes. 21 April 2017. Erstmal drin gewesen. 24 Reminders. So, dann haben wir den Infinite Depp. Ich muss sagen, der Infinite Depp, das Coolste daran ist immer noch die Musik. Den Depp an sich finde ich jetzt nicht ganz so toll. Und deswegen kriegt er allein nur wegen der Musik. Ich höre von mir 8 von 10. So, der Infinite Depp. Schauen wir mal. 4,15 von 5 bei 34 Votes. Wie lange gibt es denn den schon? 6. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen. Und dann haben wir den Monika. Ja. Und der Monika. Ja. Hey, Kutte sieht schon nicht schlecht aus. Kutte sieht schon nicht schlecht aus. Das Ding. Allerdings alles, was da abseits der Hüfte nach unten geht. Der Monika. Was gebe ich denn dem Monika? Soll ich denn dem geben? Ich finde den nicht so toll. Liegt von mir 5 von 10. So, dann haben wir hier 2,82 von 5 bei 38 Votes. 13. Juli 2018. Das ist noch drin gewesen. 2,5 für Treminders. Dann haben wir hier diese Harpoon Eggs. Die finde ich ganz interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Harpune. Mit zwei Tanks hinten dran. Kriegt immerhin von mir mal 7 von 10. Dann gucken wir mal, was habt ihr da. 3,17 von 5 bei 6 Votes. 27. Juli 2018. Wir sind nur 4 Reminders. Das ist nicht viel. So, und dann haben wir den Scout. Sorry, aber. Sorry about. Was soll ich dem Scout geben? Der kommt noch nicht mal. Der traut sich gar nicht. Der weiß ganz genau. Sorry, beim Herrn Gleich. Krieg ich wieder in 0 Punkte. Habe ich keinen Bock drauf. Ich komme gar nicht. Der ist, guck hier. Der kommt gar nicht. Ich zeige den jetzt schon gar nicht mehr. An das Haus. Nee, war mir gleich. Für das Shop Video. Den machen wir nicht mehr rein. Dann gucken wir nochmal. Oh, jetzt ist er da. Oh, na gleich die Arme verschränkt. Hier, Kollege. Das kannst du mir keine 0 von 10 geben, du. Oh, voll fusten. So. Was soll ich dem anders ergeben? Das ist für mich ein No-Skin fertig. Er sieht sich total schlecht aus. Ja, irgendwie schon. Und irgendwie doch nicht. Und keine Ahnung. Und was weiß ich. Und da kriegt von mir aus zwei freundliche, wirklich freundliche zwei von zehn. Und das war es dann aber auch schon. Also 3,53 von 5. Also ich meine, immerhin haben sie mir den ersten Anblick erspart. Dafür gibt es dann die zwei Punkte. 15 Worts. 47. Wir meinen das. 30. Oktober 2017. Das ist das Ding eigentlich. Also. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Da schreibt, was sind die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet sich nur wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit mir, der man gleich schaut. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.